Musik Hallo und herzlich willkommen im weltbesten Skigebiet Kirchberg-Kitzbühl. Das pure Wintervergnügen bietet sich hier auf rund 1700 Metern an der Bergstation vom Hahnenkamm. Die letzten Tage haben wir wieder ein paar Zentimeter Neuschnee erhalten und somit wird das Skifahren von Tag zu Tag besser. Es ist absolut episch, es ist auf, die Schnee ist auf heute, es ist gut, es ist wirklich gut. Wir haben eine Schnee, es hat sich schon lange gedauert, aber wir haben es, wir haben es, ich bin froh, wirklich froh. Was denkst du? Wir sind auf der Woche für die Woche, also ich bin sehr glücklich, dass ein Schnee ist und es ist schön, ich bin wirklich glücklich. Die Off-Piste ist gut, es ist gut, man hat ein dicker Powder, es sind schöne Länge, es ist fresh, wo niemand noch nie ist. Es ist ein guter Tag, und mehr ist auf der Weg. Wusstet ihr übrigens, dass es im gesamten Askigebiet Kirchberg-Kitzbühl über 40 WLAN-Hotspots gibt? Diese sind für unsere Gäste gratis und bieten ein hohes Netzkomfort sogar auf der Piste. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, laufen die Vorbereitungen für die Hanenkamm-Rennen, die nächste Woche von Freitag bis Sonntag stattfinden, bereits auf Hochtouren. Weitere Events findet ihr auf www.kidsalps.com-events. Super heute, frische Schnee, ein bisschen gutes Wetter, das ist ja alles, was ein Mensch will. Euch gefällt es auch? Ja. Ja. Von Istanbul. Von Istanbul. Und was denkst du heute über die Konditionen? Oh, es ist toll heute. Wir fühlten uns, dass es weniger Schnee gibt. Aber heute war es gut. Und heute haben wir ein schönes Wetter. Es ist genug Schnee. Und die Piste sind sehr schön. Great. Was denkst du? Ja, wir sind wirklich hier im Hintergrund gefühlt. Wir sind sehr froh, weil wir hier nur eine Woche gekommen sind. Und es gab es noch viel Schnee bis zum letzten Wochen. Aber wir sind hier im Hintergrund gekommen. Wir sind hier im Hintergrund gekommen. Ja. So, es ist sehr schön. Wir haben hier wirklich Spaß gemacht. Okay, great. Have a nice day. Thank you very much. Macht wieder mit bei unserem Gewinnspiel und gewinnt tolle Preise. Wir verlosen zwei Tage Skibesse vom weltbesten Skigebiet Kirchbach-Kitzbühel. Einfach anmelden auf www.snowreport.at Kitzbühel und Kirchberg. Willkommen im besten Skigebiet der Welt. Kitzbühel und Kirchberg. Ihr perfekter Winter. Kitzbühel und Kirchberg. Untertitelung des ZDF, 2020